Hallo und herzlich willkommen hier nochmal zu einem kleinen Infovideo. Ja, kurz zum Server im Hintergrund. Ich spiele hier eine Runde New Dawn. Die IP findet ihr in der Beschreibung und ich denke, den meisten dürfte der Server sowieso bekannt sein. Gut, ein kleines Infovideo deswegen. Ich habe mir nochmal ein paar Gedanken gemacht über jetzt die ganzen, na was heißt die ganzen, die zwei Specials, die eigentlich noch anstehen. Und zwar einmal das 100 Parts SMP Special und einmal das 100 Abonnenten Special. Ja, und bin zu dem Schluss gefasst, damit ich echt keine Ahnung habe, was ich machen könnte. Ja, ich hatte natürlich einen Livestream im Kopf. Das Ganze werde ich auch umsetzen als 100 Abonnenten Special. Wenn das, was ich jetzt versuche, nicht funktioniert, ja. Und zwar versuche ich jetzt, damit ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben könntet, falls ihr Ideen habt, was ich als Special machen könnte, ja. Weil mir fällt wirklich nicht mal ein, ich hatte ehrlich gesagt noch kurz an einem, ähm, hier an einem, in Anfangszeichen Abonnenten Treff auf Livestream gedacht. Allerdings glaube ich nicht, damit bei meiner geringen Reichweite genug Leute oder überhaupt irgendjemand da wäre und ich weiß auch nicht, was ich machen sollte. Falls ihr die Idee trotzdem gut fühlt, dann können wir das gerne mal in die Kommentare schreiben, dann könnt ihr das trotzdem umsetzen. Aber, es hat sich vorhin nicht so sinnig angehört, wo ich mir das ausgedacht habe. Ja, also wie gesagt, wenn ihr andere Ideen habt, dann schreibt mir die mal wieder in die Kommentare, weil, wie gesagt, wird vielleicht nichts ein. Falls nichts kommt, ja. Äh, dann werde ich das Ganze lösen, indem ich, äh, die beiden Specials getrennt mache. Und zwar werde ich einen 30-minütigen Part als 100. Folge machen, ohne irgendwas Besonderes darin. Eventuell könnte man das mit einem Mini-Abonnenten-Special verbinden, wenn vielleicht ein oder zwei Lust haben, da zu kommen. Oder, äh, nicht oder, sondern das war's, dann kommt der 30-Minuten-Part. Und das 100-minütige Special würde ich dann trotzdem noch einen Livestream machen. Das würde sich allerdings noch mindestens zwei Monate, vielleicht sogar drei ziehen, da ich einfach keinen Livestream machen kann, wenn meine Mutter und meine Schwester da sind, deswegen muss ich hoffen, damit ich in den Sommerferien in den Urlaub fahren, um dann da was zu machen. Also, wie gesagt, das ist alles noch sehr abhängig davon, wie das Ganze dann bei mir privat aussieht. So, das war's noch schon wieder mit diesem Video. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr vielleicht eine Idee habt, dann schau mal mit denen in die Kommentare, ja. Würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Und, ja, was haltet ihr von der Idee mit dem kleinen Abonnententreff? Ähm, einfach mal schreiben, ob ihr darauf Lust hättet. Bei zwei mache ich's. Ihr macht's bei einem. Warum eigentlich nicht, ja. Warum soll ich sagen, nein, einer, das reicht nicht, ja. Ich mach's. Wenn sich nur einer melden, dann mach ich das. Dann mach ich eben einen Pfad zu zweit. Das, warum nicht. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch einen Kommentar mit eurer Meinung rein. Und, ihr kommt euch auf den Fall. Bis dann und tschö.